Hier der Mann, der die Musik macht. Sag was! Hallo! Herzlich willkommen! Jetzt bitte singen, du machst ja die Musik. Bitte tanz mit mir, ich hoffe... ...weinen Wein. Ja, danke. Haben wir noch jemanden da? Wer von euch wird die Lose verkaufen? Wir beide. Aha. Und an wen? Äh... Leute! Sehen Sie jetzt aus der Reihe von Oswald Spengler, der Mensch und die Technik. Würdest du bitte den Gästen mal erklären, warum du jetzt schon am Saufen bist? Ich sauf schon die ganze Woche, das ist jetzt heute dann der letzte Tag. Der letzte Tag. Ich fang erst an. Ich habe mir vorgenommen, die Saison ist morgen beendet. Und daher trinke ich jetzt hier meine Coca-Cola. Der tisch wieder zurück. Kinderarbeit auf Ibiza. Ein modernes Zukunft.